Hallo, wir stellen uns für die Schülersprecherwahl im nächsten Schuljahr auf. Ich bin Greta aus der 8a. Ich bin Melena aus der 8a. Ich bin die Esther aus der 8b. Ich bin Karolina aus der 8a. Im nächsten Schuljahr wollen wir die Karnevalsfeier und auch den Weihnachtsfeier beibehalten und irgendwie nach Möglichkeiten unterschiedliche Veranstaltungen, wie zum Beispiel so ein Sommerfest, organisieren. Wir wollen uns auch für mehr Spiel- und Spaßmöglichkeiten in den Pausen einsetzen. Außerdem wollen wir für mehr Sitzmöglichkeiten auf den Schuhrufen sollen. Wir möchten die Schule zu einem Wohlfahrt für jeden Schüler machen und nicht nur unsere, sondern auch die Ideen von euch umsetzen. Wir würden auch gerne mehr wohltätige Projekte in die Schule bringen, wie zum Beispiel Weihnachten im Schuhkarton und mehr Spendenaktionen bauen. Wir freuen uns aufs nächste Schuljahr und hoffen, dass wir eure Wünsche umsetzen können.